Musik Wahnsinn! Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen aus Eros Weide. Wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem durchziehen. Hallo Herr Lehmann. Hallo. Hallo Herr Lehmann. Hallo Heidi. Hallo Karl. Frank. Herzlich Willkommen in das Sandtheater Dresden. Mein Name ist Olaf Becker und ich bin zusammen mit Martin Ernst, der Theaterreiter. Hallo. Und begrüße Sie hier. Wir haben Ihnen schon ein paar große Sandkörner auf den Tisch gestellt, die wir mal unter Mikroskop betrachtet haben und die sehen ungefähr so aus. Wir haben Sie dann mit Schokolade überzogen. Dafür ist dann Dimitri zuständig. Schokolade? Genau. Der wird nachher auch noch ein paar Worte an Sie verlieren. Ich will Ihnen vielmehr von einer Reise erzählen, von meiner Reise hin zum Sandtheater Dresden. Die begann vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich war als Künstler am Admiralspalast, damals noch im Metropol-Theater engagiert. Und ja, wie man das so macht, ein paar Jahre später bin ich dann nochmal dort hin und habe in Erinnerung geschwelgt und entdeckte ein Theater im Admiralspalast, das Sandtheater Berlin. Ich war neugierig im Sandtheater. Was soll das sein? Und entdeckte dahinter die Person, die dafür verantwortlich ist, den Theaterleiter. Und war sehr überrascht. Das ist ein Freund, den ich auch schon viele Jahre kenne, Dimitri Sakharov. Ich freue mich auch, dass er heute hier ist. Er wird nachher auch noch ein paar Worte sagen. Ja, ich war neugierig. Und dann ergab es sich, dass ich für eine andere Veranstaltungsfeier eine Idee gesucht habe für eine Szene, wo ich die Gedanken, die Visionen, die Bilder aus dem Kopf einer der Protagonistinnen bildhaft machen wollte. Und ich erinnerte mich an Dimitri, ich erinnerte mich an das Sandtheater Berlin, an die Sandmalerei. Und wir entwickelten zusammen diese Szene. Und meine Neugierde wurde noch größer, denn das waren nur 5 Minuten, eine kleine Szene. Es hat wunderbar funktioniert. Aber wie kann das ganze abendfüllend funktionieren? Ein Sandtheater nicht als kleine Show-Einlage, sondern als abendfüllende Sand. Wie Sie alle wissen, oder viele von Ihnen vielleicht wissen, laden wir uns den Zuschauer-Boulevardtheater gerne ein, mit uns auf eine Reise zu gehen, in eine Welt abzutauchen. Und das wird manchmal sehr bunt, sehr unterhaltsam, oder immer unterhaltsam. Vor mir jedenfalls, es wird lustig, es wird manchmal auch laut, bis hin zu bombastischen, großen Bildern, die wir zeichnen. Wie passt da das Sandtheater rein? Und Dimitri und Natalia hat dann mit uns gemeinsam sinniert darüber, wie kann das zusammenpassen? Was mich eigentlich fasziniert in der Sandmalerei am Sandtheater Dresden, ist die Einfachheit, ist die Einfachheit, die nur in diesem einen Moment wird. Und wir möchten gerne die Zuschauer in das Sandtheater Dresden einladen, und diese Einfachheit zu erleben in dieser Welt der Superlative. Es sind kleine Momente, es sind einzelne Sandkörner, die so flüchtig sind, dass sie nur im Moment entstehen und im besten Fall in Erinnerung bleiben. Und es gibt eine Sandmalerin, hat man gesagt, Sandmalerei ist wie ein Mensch Schmetterling. Er lebt nicht lange, aber er ist wunderschön. Und gemeinsam, zusammen mit Lichtshows und mit Musik, die das Ganze untermalt, wird daraus hoffentlich, oder bin ich überzeugt, ein wunderschöner Abend. Es wird nicht mal ein wunderschöner Abend, es werden auch Tagesveranstaltungen geben, gerade für Familien, für Kinder, wo man dieses Programm eben auch erleben kann, ohne ein Wort, gerade für Gäste in unserer Stadt. Das ist natürlich auch ein tolles Thema. Und ja, wie wir alle wissen, Musik, eine gute Choreografie, gehört immer zu einer Inszenierung. Und vielleicht könnte man sagen, dass dein Theater ein Tanz der Hände ist. Und ich übergebe jetzt ganz der Hände an die, bitte. Danke schön. Du hast das alles so wunderbar beschrieben. Also ich würde einfach dazu sagen, also diese ganze Sandmalerei-Geschichte, also dieser Genre ist gar nicht so alt. Also die ist in 19 Jahren entstanden, so professionell. Es gab auch schon Versuche in Animationskunst, also in 60 Jahren in den USA. Also da hat so eine Animationskünstlerin versucht. Aber im Prinzip war so Werad Čakow, das war so ein ungarischer Animationskünstler. Der war so ein Professor. Er hat in 19 Jahren seine Geschichte entwickelt, also inszeniert. Genesis, also quasi die Welt entstehen. Und er war der erste Künstler, der das auf YouTube gestellt hat. Und das hat so eine Welle von Menschen und Begeisterung hervorgerufen. Dann kam auch Ivana Yahav aus Israel. Das ist auch eine sehr bekannte Künstlerin. Dann kam Xeni Simonova mit Supertalent in Kiew. Also das war eine Geschichte, die Millionen gesehen haben. Und dann kamen wir. 2008 kam Natalini Zega, also ich habe sie aus Minsk geholt. Und wir haben angefangen, diese Genre, sagen wir so, in Deutschland zu entwickeln. Also wir waren 2010 bei Supertalent, also waren wir in der Finale. Das hat natürlich dann auch wieder so der Popularität des Genres auch geholfen. Dann haben wir auch sehr viel gearbeitet. Wir haben auch so viele Veranstaltungen gemacht. Dann kamen auch, also da haben die so eine Gruppe von Künstlern gebildet, weil das war immer mehr. Wir haben dann irgendwann mal unsere Gruppe die Sandartisten genannt und arbeiten jetzt. Also wir haben sechs Künstler aktiv und dann noch vier, die im Studio arbeiten. Wir haben auch großformatige Sachen gemacht. Also wir haben Hamburg inszeniert. Wir haben München inszeniert, im Prinzip im Theater haben wir sechs Vorstellungen. Alles außerdem auch mit 900 Plätzen. Und irgendwann kamen wir auch die Idee, ein eigenes Theater zu gründen. Weil wir hatten so viel Material und so viele Erfahrungen schon überholt. Genau, genau. Und dann habe ich nach Theater gesucht und dann kam durch Zufall das kleine Theater im Alperaz-Palast. Und da arbeiten wir seit drei Jahren sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile sechs Produktionen und wir bereiten jetzt noch zwei für Weihnachten vor. Und ich kann nur sagen, also ich nenne das alles Sandtherapie. Weil du hast auch sehr schön diese Emotionen beschrieben. Die Leute kommen gestresst irgendwie rein ins Theater, setzen sich hin. Und ja, und 80 Minuten, also mit der Pause dazwischen, 80 Minuten, die laufen ein, also in diesen Geschichten aus. Wie meditieren. Und die kommen alle emotional positiv aufgebaut, glücklich und dann gehen sie glücklich nach Hause. Und ich glaube, das ist das, was Sandmeilerei, also was Sandtheater ausmacht. Also diese Symbiose zwischen Handballen und diesen ganzen Emotionen. Also Geschichte natürlich, das hat natürlich auch sehr, also spielt sehr große Rolle. Die Geschichte, was wir erzählen, also die Musik, also das macht auch diese Faszination der Sandmeilerei aus. Und ich habe mich auch sehr gefreut, wo Olaf mich angerufen hat und sagte, okay, wie wäre es dann? Also Dresden ist ja Dresden, das ist fantastisch. Also Dresden hat so viel Geschichte und das kann man auch eigentlich, also kann man nicht in eine Show reinpacken, alles was Dresden bietet, historisch. Aber wir versuchen das und da haben wir jetzt die Sommershow entwickelt und das werden wir auch präsentieren. Und natürlich auch so Max und Moritz, das ist eine Kultgeschichte, auch so für alle. Und was auch sehr schön ist, also diese Märchenstunde, also das wird dann sozusagen im Fond von Aschenbuddel da geworden. Und ich freue mich einfach auch auf die schöne Zeit und auf glückliche Zuschauer hier gewesen. Das Bühnenbild erwerben wir gerade noch, ein paar Tage haben wir ja noch Zeit, das wird schon bühnenfüllend sein, das wird schon sehr groß sein. Ich denke, dass gerade diese wunderbaren Details, was ja immer so fasziniert ist, weil man dann natürlich wirklich einen Abend Zeit hat, diese Bilder zu bauen, auch wenn sie flüchtig sind, die feinen Details, die man für Möglichkeiten mit dran zu machen, die werden dann natürlich groß dargestellt. Das heißt, kein Bildschirm auf der großen Bühne, sondern eine große Leinwand mit einer großen Projektion. Ganz großes Kino. Genau. Das ist ja auch die Faszination, dass es uns zwei Fokus-Ebenen gibt. Es gibt einmal diese, das ist ja auch schön zu beobachten, wie die Künstler, die Künstlerinnen das machen, selber. Das sind ja auch schöne Bilder, diese Konzentration und dann das Ergebnis. Und das wird aber vom Gewicht her natürlich, ist das der Fokus in dem Moment. Sagten wir mal, es gibt drei Produktionen. Aschenbuddel, Max und Moritz und Elbsheim. Kann ich mir das als Zuschauer vorstellen, was wird da gezeigt, aber was kann ich da Zuschauer freuen? Von der Geschichte bis zum Ende, aber wo? Also, Max und Moritz, das ist sozusagen die Geschichte in Siemens Streicher. Also, das illustriert wir sozusagen alles. Wir machen die Figuren lebendig. Ist auch mit Sprech, also mit Sprech. Also, da sind die Schauspieler sprechen, aus dem Hof. Bei Aschenbuddel hatten wir einen Schauspieler, der sozusagen die Geschichte erzählt. Und wir begleiten das. Also, wir zeichnen die Geschichte dann insgesamt. Und die Elbsamt-Geschichte, das wird nur musikalisch und dann halt mit Roten so ein bisschen. dass man nur so diese audiovisuelle Reise war. Wir haben für Elbsamt eine, was kann man machen und befräsen. Und haben uns halt zum Beispiel eine, wir nennen es virtuelle Dampferfahrt entschieden. Also, wir starben natürlich dort, wo der Sand herkommt, aus dem Elbsandsteingebirge. Wir haben dort die Sandsteine geraspelt. Wir fahren auf der Elbe sozusagen bis in die Altstadt, bis hin zu Canaretto, um die Brücke zu schaffen, zu Bildern über Dresden. Und erleben halt das, was man auf einer Lampferfahrt sehen kann. Gepaart mit einer kleinen, aber die ganze Geschichte ist eine Liebeserklärung oder eine Liebesgeschichte. Einerseits im Elbtal und andererseits auch an das Elbtal selbst. Und da werden natürlich so die Einblendungen in die Geschichte hinein. Also, ob halt nicht die Ereignisse, die dann so mit diesem Objekt, also mit diesem Ort, dann verbunden sind. Was sowohl eben für Dresdner, das war mit ganz anderen Mitteln dargestellt zu bekommen, sehr interessant ist. Aber eben, weil es eben wunderbar ist, wo es eigentlich bei Bild und Musik funktioniert dramaturgisch, eben auch für internationale Krisegruppe der Stadt sehr geeignet ist, weil man quasi keine Sprache verstehen muss. Noch eine Frage. Gerne. Diese drei Shows, sind die zusammen? Nein, nein. Nein, extra. Wir haben die auch so angesetzt, dass bei der Aschmutter sozusagen, es gibt ja auch immer Theater natürlich, Alterszuordnungen. Ab wann kann man jetzt gerade bei diesen Familienschritten, wie Max und Moritz und Aschmutter. Also Aschmutter ist halt für ganz kleine schon, also ab drei Jahren, sagen wir, ist das halt gedacht. Und Max und Moritz dann, weil es halt ein bisschen derber ist, ein bisschen frecher, wir haben so andere Musik erlebt. Wir haben jetzt ein bisschen dramatisch, das sagen wir, da ist quasi das Einstiegsalter fünf, sechs Jahre so ungefähr. Und Elbsand, natürlich können es auch Kinder, das ist ja nichts, das ist kein Wehrarzt, auch wenn es eine Liebeserklärung an das Elbtal oder die Elbtal ist. Aber es ist ein Ziel, die ja auch das Erwachsenenpublikum natürlich mit einem gewissen touristischen, ja, bei Konten geschichtlichen Verständnissen zu weitermachen. Das ist auch ganz wichtig, ja, so diese Aschenpudelgeschichten, die laufen 45 Minuten ohne Pause, weil das ist eine sehr schöne Zeit, also damit die Kinder auch nicht müde werden, also die sind da. Ja, genau, das hat sich auch ganz gut bewährt, also so diese Zeit, natürlich die andere Geschichten, die sind voll, also 80 Minuten, also 75, 80 Minuten, weil da ist natürlich auch viel zu erzählen. Also das ist auch, das ist nicht langweilig, also das denkt man, also wenn man sagt, oh 70 Minuten Sand, Malerei Show, also ich habe schon Menschen erlebt, also bei uns, also die kamen raus und ja, also das war so kurz, also gibt es da, also eine Familie war da, also wir haben gesagt, das ist jetzt zu Ende. Sie wollten dann an die Bar noch was trinken und dann weiterschauen und sagen, oh schade, schade, aber dann kommen auch viele wieder, also das ist. Wir werden eigentlich mit Pause spielen, also der Helpsand werden wir mit Pause spielen, Max Moritz, Max Moritz auch, genau, um den Abend komplett zu gewissen, die Hälfte, er wird da schon mal, muss man auch noch was erfinden mit Sand. Und die Bonbon haben wir ja schon gesagt. Wie viel ist dein Bonbon? Also es hat mir so, jetzt bin ich so schätzt, 2 Kilo. Wie viel bringen Sie denn nach 3 Sekunden zu schreiben? Ja, wir haben ein bisschen mehr, also das wird so, natürlich Strohverlust ist immer da, aber wir bringen immer so, wir kaufen immer nach oben, nach Bedarf sozusagen. Und das wird dann auch so prepariert, also es wird dann noch fein gesiebt, also über Kryptisch, also über Stoff, also es ist nicht so aus zoologischem Laden, also zooladen dann gleich auf den Tisch reingehauen, dann der hat schon. Ja. Ja.